Meine lieben Zuschauer, stellt euch vor, es ist Bullenmarkt, es gibt neue Allzeithochs, die Aktionäre kaufen, alle freuen sich. Und dann gibt es so, dass eine oder andere Unternehmen, das fundamental grundsätzlich sehr gut aufgestreckt ist, die eine oder andere geringere schlechte Nachricht gezeigt hat, was wiederum dazu geführt hat, dass diese Unternehmen an der Rallye so gar nicht teilnehmen. Zuletzt sogar, während der Gesamtmarkt Zakatumski macht, die eher Zaka-Bäm machen. Und stellt euch vor, der Gesamtmarkt ist am Widerstand. Ist total bullisch, keine Frage. Aber so ein Pullbackchen, vielleicht sogar so ein richtiger Pullback, das würde ja dazu führen, dass diese Unternehmen, die gerade nicht so richtig mitmachen, eher noch ein Stück tiefer kommen könnten. Und dann, dann kommen diese fundamental grundsätzlich sehr gesunden, sehr guten Unternehmen auf eine richtig schöne Unterstützung. Ich habe drei Stück für euch. Und ich habe nicht nur eine Unterstützung für euch, sondern wir gucken uns an, wie waren die letzten Quartalszahlen, was gab es für gute, was gab es für schlechte Nachrichten, was erwarten eigentlich die Analysten, was ist die Gewinnwachstumsrate, Umsatzwachstumsrate für das kommende Jahr und was ist so das Kursziel, wo die Aktien hinlaufen könnten. Nun, ich lege noch einen drauf. Wir gucken uns noch an, falls diese Unternehmen auf diese Unterstützungen kommen sollten. Was hätten sie dann, Achtung, bei gleichbleibenden erwarteten Gewinn für ein KGV und wie ist es im historischen Vergleich? Also grund oder kurz zusammengefasst, viel zu hoch für einige meiner Zuschauer, viel zu differenziert, nicht einfach mal hier, ich zeichne mal noch was ein und dann mache ich 20.000% nach oben, sondern ernsthafte Fundamentalanalyse gepaart mit technischer Analyse. Ein Problem hat das Ganze, diese Werte habe ich nicht rausgesucht, hat mein Team auch nicht rausgesucht, sondern hat unsere Software rausgesucht. Enfin Analyze Finance kommt ja diesen Monat auf den Markt, analysiert die Charts automatisiert und der kann auch Unterstützung finden. Die Unterstützung zu finden ist noch in der Beta-Version, wird es noch nicht beim Launch geben, aber ein paar Wochen später gibt es das dann auch noch on top. Jetzt sagt ihr, aha, der findet Unterstützung, wie soll denn das gehen? Passt auf. Ich kann das noch nicht im Chart einblenden, das müssen unsere Entwickler noch machen. Das heißt, ich habe hier eine Liste und dann steht da, wo sind die nächsten Unterstützungen. Ich weiß, jetzt werdet ihr sagen, ja, ja, hast du einfach mal so von der Hand getippt. Ist ja gut. In Ordnung. Dürft ihr gerne in die Kommentare schreiben. Passt auf. Wir können zum Beispiel mal gucken. Microsoft. So, sagt er, nächste Unterstützung 354 bis 366. Ich hätte das mal vorher testen sollen. Macht nichts. MSFT. 354 bis 366. Hat er gut erkannt. Junge, hier ist eine horizontale Unterstützung. Ich habe Teenager, äh, Sohn, du sagst mal Junge oder Dicker. So, und die 200 Tage, die ich entschuldige mich in aller Form, ist bei 356. Eindeutige horizontale Unterstützung. Eine offene Lücke erkennt er hier. Und ist da noch was in der Woche dabei? 38er FIP. Von der großen Stange ist nicht selten. Die 38er, also die kleine FIP, 61, 78, kleine Stange, eher 61, große Stange, kommt ja immerhin von der 254, die 38er. Das heißt, Enfin sagt, nächste wichtige starke Unterstützung bei Microsoft aus technischer Sicht ist im Bereich von 360. Ist ganz geil. Das einzige Problem ist, boah, allein der Glaube fehlt mir, dass wir in den nächsten Tagen oder Wochen diese 15% Pullback sehen könnten. Hat aber einen Vorteil, du weißt, da ist die Unterstützung, wird automatisch für dich analysiert und demnächst hier auch eingeblendet. Also haben wir ein Tool gebaut, bei dem wir sagen, pass auf, zeig mir nur Unterstützungen, die 5% entfernt sind. Und da haben wir als erstes eine Nicht-Aktie für euch gefunden, nämlich, das muss ich euch zeigen, muss aber auch dazu sagen, ich bin selber da noch auf der bullischen Seite, nämlich Silber zwischen 22,30 und 23,38. Wir gucken mal, 22,30, 23,38. Gut. X, A, G, U, S, D. Und zwar, hier, 23,30, horizontale Marke, einverstanden, sehr gut erkannt. Von der letzten aufwärtsgerichteten Bewegung ist das 61er-Fib ebenfalls bei 23,50 und über den Tageschart haben wir bei 23,30 die 200-Tage-Linie. Jetzt bin ich selber, auch dank Enfin, seit 22,23 auf der Long-Seite unterwegs, habe auch schon den Stop-Loss ordentlich angepasst und Silber hat auch schon eine sehr starke Bewegung gemacht von 14%. Aber nächste Woche kommt die FED, vielleicht wird die FED dann ein bisschen auf die Bremse drücken wollen, wer weiß. Vielleicht kriegen wir 7% Pullback, ist nicht ganz 5% und nichtsdestotrotz wäre das auch eine schöne Unterstützung. Das sind so Sachen, die man dann entweder machen kann, würde ich tatsächlich mich dafür interessieren. Erste Aktie, die ich euch gerne zeigen möchte, ist Anheuser Busch. So, ich sage es euch vorweg, ob es euch gefällt oder ob es euch nicht gefällt. Da ich persönlich nicht gerne in Unternehmen investiere, die zum Beispiel Bier, Alkohol, Zigaretten und sonstiges herstellen, werde ich, da sind wir beim Thema Anheuser Busch, auch nicht handeln. Zumal ein Großaktionär von Anheuser Busch Altria ist. Nichtsdestotrotz, jeder darf nach seiner Fassung glücklich werden und deswegen zeige ich euch das auch total gerne. Anheuser Busch, die größte Brauerei der Welt, wenn man sich die Gesamtmenge anschaut und ich glaube Bex ist dabei, ich glaube Budweiser ist dabei, Botlight ist dabei, Corona ist dabei. Ich glaube auch so Marken wie Franziskaner, ich will jetzt nichts Falsches gesagt haben, aber sehr viele bekannte Marken, alle unter Anheuser Busch. Das Ergebnis zwar um ein Drittel rückläufig gegenüber dem Vorjahr, aber 15% höher als erwartet, ist wenigen Unternehmen in Europa gelungen. Hatte ich euch zuletzt gezeigt, dass nur 20-30% die Erwartungen übertroffen konnten. Der Umsatz ist nur um 1% gefahren, lag aber unter den Erwartungen und ihr seht, dass das Unternehmen sehr international agiert. 3,3 Milliarden Amerika, 4 Milliarden Mittelamerika, 3 Milliarden Südamerika sind die Ergebnisse teilweise gestiegen, teilweise rückläufig. Aber die Verteilung sieht man sowohl Asien als auch Asien-Pazifik als auch Nordamerika, Mittelamerika überall aktiv. Anheuser Busch erwartet für das Jahr 2024 von den Analysten wird erwartet 9% Gewinnwachstum, Umsatzwachstum von 4% und Ebitwachstum von 11%. Das Unternehmen hätte vom aktuellen Kurs innerhalb der nächsten 12 Monate laut Analysten immerhin 15% Potenzial bei 21 Kaufempfehlungen, 9 Halte und eine Verkaufsempfehlung. Aber das Unternehmen ist zuletzt unter Druck geraten, gerade weil Altria gesagt hat, dass sie etwa 2 Milliarden ihrer Aktien abstoßen möchten. Das machen sie über den Sekundärmarkt, die Kurse sind nicht bekannt. Das entspricht ungefähr 1,5% der gesamten Marktkapitalisierung. Jetzt muss man sagen, ich glaube 200 Millionen wollte Anheuser Busch selber kaufen, die haben dann wiederum auch ein Aktienrückkaufprogramm. Aber das hat durchaus den Kurs runtergedrückt, was die Risiken dieses Unternehmens angeht. Da muss man sagen, auf der einen Seite ist es natürlich ein zyklisches Unternehmen und deswegen ist es dann, je nachdem wie das Konsumverhalten ist, Schwankungen unterlaufen. Dann ist es aufgrund der Tatsache, dass es auch sehr viel in Amerika aktiv ist, gibt es Währungsrisiken. Man muss sich über regulatorische Risiken im Klaren sein, immer dann, wenn es um Gesundheit und um Alkoholkonsum geht. Und die Inflationserwartung spielt natürlich eine sehr große Rolle, denn Anheuser Busch hatte zwischenzeitlich große Schwierigkeiten aufgrund der gestiegenen Lebensmittelpreise. Jeffries hatte zuletzt ihr Kursziel auf 70 angehoben, aktuell sind wir so um die 56. Und er hatte gesagt, das Unternehmen ist in der Lage nachhaltig die Gewinne zu steigern und deswegen haben sie diese Kaufempfehlung abgegeben. Wenn wir uns jetzt das Ganze einmal aus technischer Sicht anschauen, ich muss gestehen, dass ich vergessen habe, was Anheuser Busch für eine Unterstützungszone haben sollte. Das ist Anheuser Busch. 53, 22 bis 54, 53. Mal gucken, ob ich mir das mal merken kann. Ich bin es nicht gewohnt, hier hinzugucken, Anheuser Busch 53 bis 54. Wir sind gar nicht mal so weit entfernt. Man erkennt eine klare horizontale Unterstützung. Unterstützung wird zum Widerstand, zur Unterstützung automatisch erkannt. Natürlich zu einer Tagelinie, relativ leicht zu erkennen. Und von dieser letzten aufwärtsgerichteten Welle, von dieser letzten aufwärtsgerichteten Welle, erkennen wir hier ebenfalls automatisch das 61er Fib. Und, ich zoome nochmal näher ran, es ist absichtlich so, dass man es kaum erkennen kann. Hier ist noch eine offene Lücke. Das heißt, hier in diesem Bereich hätte Anheuser Busch eine mehrfache technische, automatisch erkannte Unterstützung. Und ich muss sagen, Kraft meines Amtes, man nennt es eminenzbasiert. Ich als wichtiger Eminent sage, ja, da ist eine starke Unterstützung. Und ich sehe da jetzt sogar noch, da hatten wir die gleiche gerade gesehen? Hatten wir gerade diese Lücke uns angeguckt gehabt? Ja, da ist auf jeden Fall auch noch eine offene Lücke. Sehr starke Unterstützung. Schade, dass ich Anheuser Busch nicht traden möchte. Ich überlege es mir vielleicht gleich nochmal. Kaum winkt der eventuelle Profit, da schmeiße ich einfach mal alle meine Werte über den Bord. So, für den Fall, dass Anheuser Busch dahin käme, das habe ich mir noch gemerkt, dann hätte Anheuser Busch bei gleichbleibendem Gewinn, das heißt Anheuser Busch darf nicht dahin kommen, weil das Unternehmen eine Gewinnwarnung rausbringt. Das heißt, die Gewinnerwartung bleibt gleich und die Aktie kommt dahin. Dann hätten wir einfache Standardabweichung unter dem durchschnittlichen KGV der letzten zwei Jahre und der letzten fünf Jahre. Das ist aus meiner bescheidenen Sicht, ich sage nicht, dass das jetzt allgemeingültig ist, für ein Unternehmen, was durchaus gut funktioniert, bei dem wir gerade auch aktuell nicht das Gefühl haben, dass in der Weltwirtschaft wir auf eine Rezession hinlaufen, würde ich sagen, wäre auch fundamental günstig. Also, entweder hast du gut gefunden, Junge, jetzt muss es nur noch dahin kommen und jetzt brauche ich eigentlich noch einen Wert, was ich auch gerne selbst traden würde und damit kommen wir zum zweiten Wert und das ist die deutsche Börse. Und bei der deutschen Börse, muss ich euch sagen, da haben wir im Oktober oder so, da haben wir mal eine Sonderanalyse rausgebracht und ich habe euch gesagt, es gibt einen Index in Europa, der besonders günstig ist. Das war damals übrigens der DAX. Und ich hatte mir die deutsche Börse ausgesucht, weil sie nämlich auch besonders günstig war und saß so da und habe noch darauf gewartet, dass die deutsche Börse auf eine bestimmte Marke kommt und wir waren ganz nah dran und in dem, weiß ich nicht, ein Tag später, kurz bevor dann unsere Marke gekommen ist oder ein Tag bevor er, auf jeden Fall war er in der Nähe, ich rede mich hier gerade um Kopf und Kragen, Leute, hat die deutsche Börse eine Sondermeldung rausgegeben und hat gesagt, dass sie ein deutlich höheres EBIT und Gesamtergebnis erreichen werden und die Aktie zackertumski und ist ohne mich gelaufen. Umso schöner fand ich das, dass jetzt ich gesehen habe, dass es die Möglichkeit gibt, dass die deutsche Börse an eine Unterstützung rankommt. Warte mal kurz, ich suche das mal DB1. Nein? Deutsche Börse? Ja, doch, DB1. 172 bis 180, also etwas größere Clusterzone. Wollen wir uns das erst charttechnisch angucken und dann mal gucken wir uns das fundamental an. Können wir gerne machen. Deutsche Börse, also, da ist er doch, DB1. 172 bis 180, auch genial. Ebenfalls hier eine offene Lücke, ganz klar zu sehen. Einverstanden? Offene Lücke, klare Horizontale. Hier ist Widerstand, hier ist Unterstützung. Ich sage schon nicht, dass es automatisch erkannt ist. Ich sage euch nur, dass das wieder hier eine große aufwärtsgerichtete Stange ist. Von hier bis hier, was erkannt wird. Und das 38er Fib ist bei 178. Das heißt, wir haben hier, beginnend bei 178, eine dreifache Unterstützung, horizontal offene Lücke, 38er Fib. Plus, weiter unten ist hier noch eine offene Lücke und die 200-Tage-Linie. Das bedeutet, hier befindet sich eine sehr starke Unterstützungszone. Angenommen, wir würden so die Mitte nehmen bei 175, dann hätte tatsächlich auch die deutsche Börse, sowohl auf 2-Jahres-Sicht, als auch auf 5-Jahres-Sicht, was die durchschnittliche KGV-Kurse angeht, zu dem es gehandelt wurde in den letzten 2 und 5 Jahren. Nochmals, ohne dass es eine Erniedrigung der Gewinnerwartung gibt, auch einfache Standardabweichungen unter dem Durchschnitt, was ich persönlich interessant finde. Übrigens, ich glaube, hier irgendwo wollten wir es kaufen, wollten das ein bisschen runterkommen. Ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube, hier kam dann die Nachricht. Bin ich mir nicht sicher, ich weiß so, dass es danach, habe ich nur noch zugeguckt und war ein bisschen traurig. Wir gucken nochmal, ob in der Woche in dem Bereich auch noch eine Unterstützung ist, sehe ich nicht. Im Monat, ah, da ist auch noch die 20-Monats-Linie als potenzielle Unterstützung. Gut, bedeutet, dass wir für den Fall, dass die deutsche Börse, die schon immerhin ein Pullback von in der Spitze 6% gemacht hat und sein Pullback fortsetzt, entweder um 10% oder um 12%, dann wären das hier zwei potenzielle Kaufkurse. Hätte ich gern, würde ich auch handeln, habe ich ein Adlerauge drauf, so weit das noch mit der Brille möglich ist. Gucken wir uns das mal einmal aus fundamentaler Sicht an, was wir zur deutschen Börse sagen können. Und die deutsche Börse, sie hat Zahlen gebracht, Gewinnjahr Aktie 2,20 Euro, 12% höher als im Vorjahr, 1% unter den Erwartungen, Achtung, das waren die schon von selbst nach oben angepassten Ergebnisse. Umsatz um 23% gesteigert. Und wir sehen die drei Bereiche, Trading und Clearing, Security Services. Security Services ist zum Beispiel, wenn es darum geht, Dividendenauszahlungen zu ermöglichen. Und Fund Services, wie der Name schon sagt, ETFs, Ausführungen und so weiter. Alle Segmente haben zur Umsatzsteigerung beigetragen. Hauptsächlich in der Eurozone, 11% Amerika, 6% Asien und Pazifik. Besonders starkes Wachstum, aber in den weniger großen Segmenten in Amerika und in Asien und Pazifik. Dann, er weiß er, der Gewinn für 2024, 4% Wachstum, Umsatzwachstum, 14%, EBIT-Wachstum, 9%. Und Stand jetzt ist das Kursziel in den nächsten 12 Monaten bei 203 Euro, also 8% Stand jetzt. Wenn er aber auf 170, 175 kommt, dann hast du deutlich mehr Potenzial. Dann geht es in Richtung 17, 18%. 13 Mal kaufen, 13 Mal halten und sogar einmal verkaufen. Wichtig ist, die selbstgenannte Prognose konnte sogar übertroffen werden. Und die deutsche Börse geht davon aus, dass diese aktuelle Wachstumsphase anhält. Für den Fall, dass noch Volatilität in den Markt kommt, wird die deutsche Börse besonders stark davon profitieren können. Wenn wir zur dritten und letzten Aktie kommen, das ist eine US-amerikanische Aktie, das ist Morgan Stanley. Morgan Stanley, ganz klar, zyklisches Unternehmen, lebt von Zinsen, lebt aber auch von Kreditvergabe, hat nicht ganz so gute Zahlen gebracht, denn im Vergleich zum Vorjahr sind die Ergebnisse um 30% gefallen, war auch unter den Erwartungen, Umsatz wurde getroffen. Mit den Zahlen ist auch die Aktie unter Druck geraten. Ganz klare Konzentration von Morgan Stanley auf Amerika. Die einzelnen Säulen, Wealth Management, das ist tatsächlich eher Versicherungen, Lebensversicherungen, Institutional Securities, macht 42% aus, das ist eher zum Beispiel, wenn es darum geht, Kredite an Unternehmen zu vergeben oder M&As durchzuführen, also tatsächlich Geschäfte mit Institutionellen, im Bereich Kredite, im Bereich Immobilienfinanzierung, im Bereich Übernahmen. Und dort, wo eigentlich Morgan Stanley wachsen möchte, nämlich Investmentmanagement-Wachstum, Vergleich gegen den Vorjahr 0%, machen 10% Umsatz, das wäre weniger zyklisch und weniger zinsabhängig. Das schafft aber allerdings im Moment Morgan Stanley noch nicht, seine Marktanteile zu vergrößern. Nichtsdestotrotz wird ein erwartetes Gewinnwachstum von 18% angegeben, Umsatzwachstum von 5% und EBIT von 12%. Einmal im Hinterkopf behalten, dass die Wirtschaft nach wie vor stark bleibt und von sieben erwarteten Zinssenkungen am Anfang dieses Jahres der Markt davon ausgeht, dass die Fed nur noch die Zinsen um dreimal senken wird. Das heißt, Morgan Stanley, allen voran, wird ebenfalls davon profitieren, ist jetzt nicht die zinssensibelste US-amerikanische Bankinstitution. Nichtsdestotrotz ist das eher positiv. Morgan Stanley hätte vom aktuellen Kurs bis zum Ziel noch 6,5% 10 Mal kaufen, 18 Mal halten, kein Mal verkaufen. Klingt jetzt nicht so überoptimistisch. Wir gucken mal, was Enfin uns sagt. Demnächst wird es ja im Chart eingeblendet, da freue ich mich schon drauf, aber noch müssen wir uns damit begnügen, dass wir einmal uns das angucken. MS, da ist er doch, 81 bis 84. Was war nochmal das Kursziel? Ich muss nochmal einmal nachschauen. Das Kursziel war 94, also wenn man die 80 erwischt, dann hat man durchaus 15% Potenzial, wenn man denn den Analysten und ihren Kurszielen Glauben schenken möchte. So, wenn wir jetzt uns den Chart anschauen. Morgan Stanley. Ganz klar. Hält, hält, fällt durch, wird zum Widerstand, ist eine potenzielle starke Unterstützung. Sieht fast so aus wie so eine mega große inverse Schulterkopf-Schulterformation, wenn er da hinkommen würde. Okay, erste Unterstützung erkannt. Wir hatten gesagt, 84 bis 80 von dieser, ich zeichne euch gerne nochmal, von dieser großen Stange. Es ist so, dass die 50% der Tracement-Marke bei 81 ist und die 61% bei 78 ist. Also, horizontal plus wichtige Fibomarke über die Woche 200-Wochen-Linie. Also, wenn wir hier zurückgehen, dann muss man sagen, die 200-Wochen-Linie hält seit 2020, ist einmal kurz unterboten worden. Wir haben hier die normalgleitende 200-Tage-Linie und hier haben wir die exponentielle. Das heißt tatsächlich, hier in dieser, ich gucke mal, über den Monat sehe ich nichts. In dieser Zone, so 81 bis 80, findet sich eine sehr starke Unterstützung. Was ich etwas bedauerlich finde, was ich euch sagen muss, ist übrigens, guckt mal, gegen den Trend, macht morgen Stanley hier ein Ausverkauf und macht seitdem eher eine möglicherweise bärische Konsolidierung, die eine Fortsetzung findet. Ich habe es vorher nicht geguckt. Wahrscheinlich hat das Enfin auch, der findet eine Bullenflagge im Gegensatz zu mir. Der sagt, Hamid, das ist eine bullische Konsolidierung, in Ordnung. Also das ist der Anstieg, der zeichnet hier einen bullischen Kanal ein. Was man aber sagen muss ist, wenn der wirklich hier unten hinkommt, dann hätten wir auch noch den Unterrand der Bullenflagge, den ich nicht erkannt habe. Enfin macht das schon besser als ich. Das heißt, der sagt, Junge, geh nicht hier hin, sondern guck dir das im Großen an. Also so hat das Enfin erkannt, als Bullenflagge. Muss man sagen, ja, stimmt. Das heißt, hier unten, wenn er hier hinkommt, hätten wir auch noch den Unterrand des Kanals. Gut, dass ich nachgeguckt habe, habe ich noch was von Enfin gelernt. Das ist nämlich das Schöne an dieser analysierten Chartsoftware. Ich bin mir sicher, ihr sagt, das hat er sich jetzt zurechtgeschaust, Spiel hat. Habe ich aber nicht. Denn manchmal weißt du das, aber du kommst nicht darauf. Und in dem Augenblick, in dem das neutral analysiert wird, ist es da. Einziger Wärmungstropfen morgen Stanley ist eher teuer. Das heißt, wenn morgen Stanley so im Bereich der 80 ankäme, dann wäre dessen KGV durchschnittlich bewertet. Das heißt, in den letzten zwei bis fünf Jahren hätten wir bei 80 einen fairen durchschnittlichen Wert. Nicht teuer, nicht günstig. Gucke ich mir auch an, finde Unterstützung mega wichtig. Und offensichtlich auch eine große Bullenflagge. Ich hoffe, dass diese Ausgabe für euch hilfreich gewesen ist. Und freue mich, wenn ihr Sonntag mit dabei seid. Dann gucken wir uns nämlich an, ob der Markt, gerade der Nasdaq, sich in einer Bubble befindet. Denn es überschlagen sich die Überschriften. Nasdaq, Tech-Aktien in einer Bubble. Stimmt's oder stimmt's nicht? Falls euch die Ausgabe gefallen hat, Däumchen, ein absolutes Träumchen. Und natürlich freue ich mich über Abos. Gehabt euch wohl. Und natürlich freue mich über Abos.